Willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem Schwerpunkt Euromünzen und da haben wir als erstes den BRD Kursmünzensatz in Stempeltlands von 2016 F, also aus Stuttgart. Ich weiß nicht genau, doch einigermaßen kann man es, denke ich, auch kennen. Ist noch original eingeschweißt und das werde ich auch so lassen. Und dann hier auch mit der 2 Euro Gedenkmünze Sachsen. Dann ein Euro Kursmünzensatz von 2016 in polierte Platte. Prägestätte G, also Karlsruhe. Auch noch original eingeschweißt, sodass ich euch die Münzen jetzt auch nicht zeigen kann, weil auch dieser Satz so bleibt, wie er ist. Dann zwischendurch ein wenig Silber. Die neue Britannia von 2016. Also die ganz normale Ausgabe ohne irgendwie Privymark. Einfach ganz reguläre Anlagemünze. Und aus Kanada die 1,5 Unzen Schneefalke von 2016. mit der Queen ebenfalls auf der Rückseite. Dann haben wir 2 Euro Gedenkmünzen hier aus Belgien zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. In der Coin Card. Die 2 Euro Münze aus Finnland zu gedenken an Eino Leino. Die 2 Euro Münze Slowakei zur EU-Ratspräsidentschaft. Und die 2 Euro Münze Spanien mit dem Aquädukt von Segovia. Hier nochmal die gemeinsame Vorderseite. Und ich habe es geschafft, noch 2,5 Euro Münzen zu bekommen, sodass ich jetzt hier 4 Stück habe. Die eine in polierte, ja doch genau die eine noch in polierte Platte. Und wenn alles klappt, kommen da noch 6 Stück dazu. Ein Komplettsatz und eine nochmal einzeln. Genau. Und das war auch das Update für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich natürlich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also nochmal danke fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.